Ja, grüßt euch meine lieben Freundinnen und Freunde. Heute was Lustiges zum Schunkeln, zum Mitsingen, Beukertanzen, lustig soll es sein. Heute präsentiere ich euch Die Goas ist weg. Und was das ausmacht, hört es gut zu. Bitte sehr. Ei, 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 die Goas ist weg. Die Goas ist weg. Die Goas ist weg. Ei, 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 die Goas ist weg. Die Goas, die Goas ist weg. Der Bauer ist grantig. Was soll er denn tun? Soll er denn tun? Soll er denn tun? Beim Schnapsen da hat er sein Goas heut verloren. Trankzige Goas heut verloren. Ei, 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 die Goas ist weg. Die Goas ist weg. Die Goas ist weg. Ei, 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 die Goas ist weg. Die Goas, die Goas ist weg. Er kommt dann nach Haus und glaubt, er sieht nicht recht. Er sieht nicht recht. Er sieht nicht recht. Die Bauerin ist fort und mit ihr auch der Gwech. Ei, 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 ei. Ei, 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 die Goas ist weg. Die Goas ist weg. Die Goas ist weg. Ei, 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 die Goas ist weg. Die Goas, die Goas ist weg. Im Orient gibt's immer Goas eine Frau. Goas eine Frau, Goas eine Frau. Der Bauer möchte hinfahren. Doch was fängt er an? Ohne Goas gibt's keine Frau. Ei, 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 die Goas ist weg. Die Goas ist weg. Die Goas ist weg. Ei, 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 die Goas ist weg. Die Goas, die Goas ist weg. Da lädt sich der Bauer die Nachbar-Gas aus. Nachbar-Gas aus. Nachbar-Gas aus. Und fährt mit ihr Schnurstracks zum Orient raus. Schnurstracks in Orient raus. Ei, 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 die Goas ist weg. Die Goas ist weg. Die Goas ist weg. Ei, 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 die Goas ist weg. Die Goas, die Goas ist weg. Ja, bei der Rabe war's halt recht so heiß. War's recht halt heiß. War's halt recht heiß. Das Vieh ist verregt. Er hat wieder kein Goas. Wieder kein Frau und kein Goas. Ei, 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 die Goas ist weg. Die Goas ist weg. Die Goas ist weg. Ei, 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 die Goas ist weg. Die Goas, die Goas ist weg. Moral der Geschichte, ja, die merkt ihr genau. Merkt ihr genau. Merkt ihr genau. Schnapp's nicht um die Goas, sonst verlierst du deine Frau. Denn sonst verlierst du deine Frau. Ei, 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 die Goas ist weg. Die Goas ist weg. Die Goas ist weg. Ei, 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 die Goas ist weg. Die Goas, die Goas ist weg. Ja, ohne Goas keine Frau hat es doch heißen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Eich hat Gü. Grüß euch. 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 Vielen Dank.